Im vergangenen Jahr habe ich über das Geheimnis der Dreifaltigkeit gesprochen und obwohl ich hier vor einer Abbildung der Dreifaltigkeit stehe, möchte ich heute über einen Satz des Evangeliums sprechen, der für mich zu den wichtigsten Sätzen der Bibel zählt. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das Ende der Welt kann man zeitlich verstehen, man kann es aber auch gewissermaßen räumlich verstehen und das, denke ich, kommt dem Denken des Evangeliums des Johannes fast näher. Christus ist bei uns bis zu den äußersten Enden, den äußersten Extremitäten der Welt. Also, den tiefsten und dunkelsten Dunkelheiten, die wir uns vorstellen können. Der Satz ist für mich deshalb so wichtig, weil Christus uns niemals versprochen hat, die Schwierigkeiten des Lebens für uns zu lösen oder uns abzunehmen. Er hat uns aber sehr wohl versprochen, auch in der tiefsten Dunkelheit bei uns zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten. 死cher Lauf vom